Hey Mann, schön, dass du wieder da bist hier am Donnerstag. Das könnte möglicherweise das letzte Video sein, das du auf meinen Channel guckst, denn jetzt wird es ein bisschen provokant, jetzt wird es ein bisschen anders. Ich habe mal so ein Video in dieser Art schon mal auf dem Flirt-Profis-Channel damals gemacht und da auch ein bisschen aktiv provoziert. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, bin gespannt auf deine Kommentare. Ich hoffe, du bist eine dieser Personen, die sinnvolle Kommentare schreiben kann und nicht dämliche Kommentare, wie das leider sehr viele Leute tun. Aber sei gespannt auf das Thema. Ich glaube, es ist enorm wichtig, was den Umgang und Erfolg mit Frauen angeht. Und ja, ich bin ja immer noch in meiner Heimat. Ich habe ja jetzt das Problem gehabt mit dem Ton, wo ihr alle nichts hören konntet. Diese Videos könnt ihr übrigens auf eurem Desktop oder auf eurem Laptop mit Ton gucken. Irgendwas scheint bei der Smartphone-Version nicht richtig gelaufen zu sein. Deswegen heute hier ohne Mikrofon, sondern mit dem Sound der Kamera, was nicht ganz optimal ist. Aber du wirst mich auf jeden Fall hören. Ich bin leider jetzt noch in meiner Heimat, habe mein Equipment, habe Teile meines Equipments vergessen. Das ist der Grund, warum du jetzt diese Videos bekommst. Tut mir leid, kriegst ab nächste Woche wieder ordentliche Videos mit ordentlichem Ton, mit auch dem Rescreen und anderen Hintergründen. Aber jetzt lass uns erstmal in das Video durchstarten. Und du bist sicherlich schon gespannt, um was für ein Thema es jetzt hier gehen wird. Und zwar geht es darum, ich habe jetzt letztens wieder das Buch von Björn Thorsten Leinbach gelesen, Männlichkeit stärken. Der Link zu dem Buch ist in der Beschreibung, ist der erste Link in der Beschreibung. Kannst du dir auf einmal so angucken. Kann ich nur empfehlen, ist ein tolles Buch. Ja, ich kann ja nicht nur meine eigene Sache empfehlen. Ich kann auch Sachen von anderen Leuten empfehlen, die ich gut fand. Und worüber der Björn dort redet, ist die Beziehung, beziehungsweise deine Beziehung zu anderen Männern. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du jemand bist, der meinen Kanal guckt, dann ist es wahrscheinlich, dass du sowas kennst. Kennst du das, wenn du in einer Beziehung bist und du merkst irgendwann, dass du abhängig geworden bist von der Frau? Ja, dass du das Gefühl hast, oh mein Gott, die Frau ist die eine, die einzige für mich. Die Frau ist die einzige Person, mit der ich sowas empfinden kann. Ich werde nie wieder eine andere finden, die mir das geben kann, was mir diese Frau gegeben hat. Wenn du diese Empfindungen hast und ich hatte die auch in meiner Beziehung, dann bedeutet das, dass du eine gewisse Abhängigkeit von Frauen hast. Ja, das erst mal als Fakt. Das ist erst mal der Fakt. Ist nicht schlimm, ist nicht gut, aber meistens sorgt es dafür, dass deine Beziehung mit Frauen schlechter werden, dass sie enden, weil welche Frau will mit einem Mann zusammen sein, der komplett abhängig von ihr ist, ist halt einfach nicht sexy, ist nicht besonders attraktiv. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Punkt. Nämlich geht es um deine Beziehung mit Männern und der Autor des Buches, dieser Björn, Thorsten Leimbach, der sagt, und das finde ich sehr, sehr plausibel und entspricht auch meiner eigenen Erfahrung, dass du deswegen abhängig von Frauen bist, weil du eine schlechte Beziehung oder eine sehr oberflächliche Beziehung zu deinen Freunden hast, zu deinen männlichen Freunden. Du hast keinen guten Bezug zu männlichen Menschen. Okay? Und ich werde dir das Ganze mal erklären und dann wird sich das für dich auch sehr logisch anhören und dann kommen wir gleich auf die Sache, die sehr heikel ist, die so ein bisschen, naja, wir kommen gleich dazu. Auf jeden Fall, die Theorie dahinter ist einfach und es ist einfach logisch, so, also du wirst es hören und es wird sich logisch anhören und du wirst sagen, ja, das stimmt so. So, dadurch, dass wir nur Frauen gegenüber, sag ich mal, unsere Emotionen zeigen, so in einem Rahmen von, in der Umgebung von Frauen, das kennst du bestimmt auch, gerade von einer Freundin, mit der du zusammen bist, zeigst du halt eher mal Emotionen, bist du halt eher mal verletzlich als vor deinen Freunden, weil vor unseren männlichen Freunden wollen wir halt cool dastehen und da wollen wir halt stark sein und wenn du eine gute Beziehung zu deinen männlichen Freunden hast, dann hast du das vielleicht nicht so, aber ich weiß, dass viele Männer das haben, ich bin schon ein extremes Gegenbeispiel und selbst bei mir ist das noch nicht optimal. Ich kenne ganz andere Männer, die nicht mehr in der Lage sind, ihrem Freund überhaupt näher zu kommen, so, ich erinnere mich daran, ich habe bei den Flirt-Profis mal ein Coaching gehabt und da war ein Typ dabei und wir haben uns einfach alle eben umarmt, so zum Abschied, so, ich und Wiegand, ich und Manu oder so und das ist halt relativ normal, ist ja auch nichts bei und er war schon so, oh mein Gott, ihr umarmt euch aber echt viel, also er war schon Körperkontakt mit anderen Männern gar nicht gewohnt und das fand ich persönlich sehr seltsam, weil was ist groß dran an einer Umarmung, aber wir kommen dahin doch genau dazu. Auf jeden Fall, der Punkt ist einfach, dass du nur mit der Frau dich wirklich öffnen kannst, nur mit der Frau intensive Gefühle erlebst und vor allem nur mit der Frau Zärtlichkeit und auch körperliche Nähe erlebst. Das erlebst du nur mit dieser einen Frau, nämlich deiner Freundin, ja, das erlebst du nicht mit deinen anderen platonischen Freundinnen und das erlebst du vor allem nicht mit Männern. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass du abhängig von der Frau bist. Es ist ganz logisch, dass du abhängig von der Frau bist. Angenommen, du willst einen Cheeseburger essen gehen und du gehst zu Burger King und Burger King sagt dir, unser Cheeseburger kostet 500 Euro. So, und jetzt denkst du dir, scheiße, ich will keine 500 Euro bezahlen, aber in dieser Welt, von der wir gerade reden, gibt es kein McDonalds und gibt es keinen einzigen anderen Burgerladen. Ja, dann zahlst du entweder 500 Euro oder du bekommst halt keinen Cheeseburger. Ja, aber in einer Welt, wo es ganz viele andere Läden gibt, kannst du auch zu McDonalds gehen und für 1 Euro einen Cheeseburger kaufen. Also, es ist ein ganz einfaches, ja, es ist ja so ein wirtschaftliches Prinzip, Nachfrage und Bedarf und Nachfrage. Du weißt genau, was ich meine. Es ist ein ganz einfaches Bedarf und Nachfrage Prinzip, nämlich, die Frau ist die einzige, meistens in dem Leben fast aller Männer da draußen und das war in meinem Leben auch so, mit der du Zärtlichkeit teilen kannst, mit der du Nähe teilst, ist fast die einzige Person. Ja, und je tiefer die Beziehung wird, desto intensiver wird das natürlich, desto mehr öffnest du dich ihr. Und das ist die einzige Person, der du dich so weit öffnest. Und dann ist es ja klar, dass du abhängig von dieser Frau wirst, denn das ist ja die einzige Person, mit der du das erleben kannst. Und ja, auch wenn du ein krasser, harter Mann bist, dann wird es dir trotzdem auch so gehen, dass du einfach Connection zu Leuten haben willst. Du willst Zärtlichkeit, du willst Nähe. Das ist ja ganz normal. Das ist ja normales, menschliches Bedürfnis. Das Problem ist halt, dass du dann abhängig bist, wenn du es nur mit einer Frau hast. Und deswegen sagt der Björn Thorsten Leinbach, heißt der glaube ich, dass wir unsere Beziehung zu Männern verbessern müssen. Und das ist absolut richtig. Das fängt erstmal da an und da sind die meisten Leute, die gehen dann auch konform mit mir und anderen Menschen. Fängt erstmal da an, dass wir auf jeden Fall die Beziehung, die wir zu unseren Freunden haben, so ein bisschen mehr von dieser oberflächlichen Ebene runterholen müssen. Diesen, hey, yo, ich habe sie am Wochenende flachgelegt und dann habe ich sie sich dreimal gekommen und ich bin ihr ins Gesicht gespritzt und so. Alles cool, kann man ja machen. Ja, bin ich auch kein Gegner von. Mag ich auch gerne. Und ja, genau. Aber der Punkt ist einfach, fang mal an, dich mit deinen Männerfreunden über andere Dinge zu unterhalten. Ja, über, keine Ahnung, red mal darüber, wie es dir geht. So, weißt du, wenn es dir schlecht geht, dann gehe ich zu deiner Freundin. Wenn es dir schlecht geht, dann gehe ich zu deinem Kumpel. Ja, würdest du deine Freundin die ganze Zeit voll heulen? Nein. Geh zu deinem Kumpel, dafür ist er doch dein Kumpel. So, und dann kann er auch zu dir kommen, wenn es ihm schlecht geht. Ja, deswegen sind Frauen nicht so abhängig. Deswegen ist es für Frauen nicht so schwierig, nach einer Trennung wieder aufs Pferd zu kommen, sozusagen. Die gehen einfach zu ihren Freundinnen und heulen sich da aus, weil das für die normal ist. Ja, aber wir machen das nicht. Wir Männer machen das nicht. Ja, wir machen das deswegen nicht, weil das in unserer Gesellschaft nicht anerkannt ist, weil du schwul bist oder was auch immer, wenn du sowas machst. Das ist so dumm. Das ist so unfassbar dumm. So, dieser Typ, den wir da im Coaching hatten, der konnte keine anderen Männer zum Abschied umarmen, weil er dachte, er ist dann schwul. Das ist so dumm. Ich kann ja ausdrücken, wie dumm das ist. So, wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du dir denkst, oh mein Gott, auf irgendeine Weise enger mit anderen Männern zu werden, dann bin ich auf jeden Fall schwul, dann ist das einfach nur ein Zeichen dafür, dass du mit deiner eigenen Sexualität noch überhaupt nicht in Ordnung bist. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, ich hatte Dreier mit anderen Männern zusammen, also mit Freunden, also ich und einen Freund und eine andere Frau. Und ja, da kommt man sich auch mal näher so als Mann. Das bleibt halt nicht aus, wenn man zusammen den Dreier hat. So, aber in dem Moment, wo ich halt so bin, oh nein, bin ich jetzt schwul? Heißt das dann einfach nur, dass du einfach überhaupt keine Ahnung von deiner eigenen Sexualität hast. Denn hättest du Ahnung von deiner eigenen Sexualität, dann müsstest du dir ja keine Sorgen mehr darüber machen, dass du vielleicht schwul bist. Wenn ich genau weiß, ich bin nicht schwul, dann kann ich auch einen anderen Mann berühren, ohne gleich einen Schreikrampf zu kriegen. Weißt du, das ist der Punkt. Das heißt, wenn du so merkst, du hast extrem so homophobe Probleme, dann bist du entweder sehr gesellschaftlich geprägt oder du bist sehr unsicher, was deine Sexualität angeht. Das mal als die Aussage. Das heißt, es geht erstmal darum, wenn du unabhängiger von Frauen werden willst, tiefere Verbindungen zu deinen Freunden aufzubauen. Wenn es dir emotional schlecht geht, dann klar, ich mache das auch meistens mit mir selbst aus, aber geh mal zu deinen Freunden. Sag mal, hey, es geht mir scheiße. Sei mal schwach vor deinen Freunden. Schwach sein zu können ist wahre Stärke. Das muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Wenn du die ganze Zeit auf Zwang stark sein musst, dann ist das einfach nur Schwäche. Wenn du stark, aber auch schwach sein kannst und zu beiden Zuständen stehen kannst, dann ist das wahre Stärke. Okay, ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob das bis jetzt hier für dich Sinn ergeben hat. Okay, also einfach deinen Freunden dich näher, mir annähern, deinen Freunden nochmal sagen, hey, guck mal, du bist mir voll wichtig, voll cool, dass du in meinem Leben bist, so, ich hab dich echt gern, ich hab dich echt lieb, sowas auch immer. So, es ist nicht schwul, das ist einfach nur Wertschätzung. Das ist einfach nur Wertschätzung gegenüber wichtigen Personen. Das drückst du ja auch gegenüber deiner Familie aus, gegenüber deiner Freundin. Warum drückst du das nicht gegenüber deinen Freunden aus? Was ist das für ein Schwachsinn? So, warum schätzen wir Frauen an unserer Seite viel mehr Wert als unsere eigenen besten Freunde? Wie krank ist das? Das ist halt einfach nur krank. Ja, das ist einfach nur, weil wir hier so darauf konditioniert sind, dass alles, was mit Männern und Nähe zu tun hat, einfach nur schwul ist. Und das ist so dumm, ja, du machst dich so unfassbar abhängig von Frauen durch diese Sichtweise. Deswegen, überleg einfach mal selbst, ja, wie ist das so bei mir, wie ist so meine Beziehung zu anderen Männern, kann ich da was machen und dann verbessere die einfach mal, schreib mal deinem besten Kumpel, ruf ihn mal an und sag ihm mal, wie wichtig er dir ist in deinem Leben, so. Lass ihn das mal wissen, er freut sich doch. Du würdest dich doch auch freuen, ja. Und dann hast du die Möglichkeit, mit deinen Freunden eine viel bessere Beziehung zu bekommen mit deinen besten Freunden. Und wenn du das machst, wenn du das schaffst, dann brauchst du auch Frauen gar nicht mehr so unbedingt. Dann ist es auch okay, wenn die Frau mal gerade einen emotionalen Anfall hat und du nicht weißt, ob ihr noch zusammen sein werdet danach. Weil du, warum machst, man muss ja keinen Stress machen. Du hast ja Leute, denen du dich öffnen kannst. Die Frau ist nicht mehr die Einzige, die dir diese Ware liefern kann, sondern du hast ja auch die anderen, deine Kumpels, ja. So, jetzt kommen wir zu der Sache, die ein bisschen heikel ist und das musst du nicht machen, aber du kannst es machen. Und zwar ist es so, dass ich persönlich mit einem Kumpel von mir manchmal auch kuschle. So, weißt du, manchmal legen wir uns so im Arm und dann streichen wir uns so ein bisschen. Einfach so Zärtlichkeit, sage ich mal. Und ich muss sagen, das war am Anfang für mich nicht leicht. Es ist auch nicht leicht, das jetzt zu erzählen. Und daran merke ich auch, wie tief so diese Verankerung sitzt. So, oh mein Gott, das ist ja so schwul. Und es ist halt so ein Quatsch. So, ich schlafe nicht mit dem Dude. So, ich möchte den auch nicht küssen oder so. So, das muss ich nicht haben. So, das tört mich nicht an. So, überhaupt nicht. Aber darüber hinaus finde ich es ehrlich gesagt komisch, dass man mit solchen Menschen, und dass man so Angst vor körperlicher Nähe vor anderen Männern hat. Das ist einfach komisch. Das ist einfach irgendwie nicht richtig. So, wenn ich mir andere Kulturen ansehe, wie zum Beispiel in Indien ist es zum Beispiel so, dass Männer auch so Hand in Hand gehen auf der Straße. Das ist ganz normal da. Wenn du das hier sehen würdest, würdest du denken, alter, den schwul. In Indien ist das normal. Ja, oder Türkei, da ist es ja oft so, dass man sich so mit Backenküssen begrüßt. Wenn das Männer hier machen werden, werden sie schwul. So, es ist einfach die kulturelle Prägung, die verhindert, dass du diese Ressourcen, Zuneigung, Nähe und enge Beziehung auch von Männern bekommen kannst. Das ist halt dumm. So, und ja, wir küschen dann manchmal so. Und das ist auch, ehrlich gesagt, ganz angenehm. So, weil es ist einfach eine Person, die ich gerne mag und der ich vertraue sozusagen. Und andersrum und vice versa. Es ist ja nichts anderes wie mit einer Frau. Ja, das heißt, du musst jetzt nicht einfach mit deinen Freunden so kuscheln. Das ist nicht das, was ich dir empfehle. Aber ehrlich gesagt, finde ich das sehr, sehr hilfreich. Und das Einzige, was ich hier mit diesem Video bezwecken möchte, ist einfach dir mal einen Denkanstoß zu geben und dich mal zu fragen, hey, guck mal, wie ist die Beziehung zu deinen Freunden? Ist die oberflächlich oder hat die auch Tiefe? Und wenn du merkst, dass du abhängig von Frauen bist, dann frag dich mal wirklich, wie deine Beziehung zu den männlichen Freunden, die du hast, ist. Oder hast du vielleicht gar keine männlichen Freunde? Das kann ja auch sein. Dann besorg dir welche. Geh auf Meetups oder geh irgendwo hin, wo Leute Sachen machen, die du auch machst. Lerne Leute kennen, die gleich Interessen haben wie du. Das ist ganz wichtig. So, ich weiß, das ist ein heikles Thema. Und das ist auch für mich heikler, das jetzt anzusprechen. Aber ich würde euch auch die Sachen mitgeben, die sinnvoll sind. Deswegen, das Buch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist hier im ersten Link in der Beschreibung. Und ja, das war eigentlich so die Message des Videos. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ergibt sich daraus eine lebendige Diskussion. Wenn du die Sachen anders siehst, schreib es gerne mal rein. Ich bin gespannt, wie da deine Meinung so ist. Ich finde alles sehr plausibel. Und es funktioniert tatsächlich auch so. Also jetzt, wo ich engere Beziehungen mit meinen Freunden habe, merke ich, ich bin nicht mehr ständig so auf Frauenhand. Früher war es so, wenn ich eine Zeit lang mal keine Frau hatte in meinem Leben, dann bin ich halt echt nervös geworden. Und war so, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich schnell wieder eine Frau bekomme. Und es ist halt krasse Abhängigkeit. Und ich habe keinen Bock, abhängig zu sein von Frauen. Und das führt auch nicht zu guten Beziehungen. Das führt auch nicht dazu, dass Frauen auf dich stehen. Und die spüren ja auch diese Abhängigkeit. Wenn du voll abhängig von Frauen bist, weil sie die Einzigen sind, die dir irgendwas geben können, das wird deine folgenden Frauen ruinieren. Entweder kriegst du gar keine Frauen, oder wenn du eine Frau kriegst in einer Beziehung, du merkst dann, oh mein Gott, sie ist die Einzige, die mir das geben kann, wirst du super abhängig, dann bist du einfach sofort unattraktiv. Ist ja klar, du hast ja auch keinen Bock auf eine Freundin, die dir nur am Arsch klebt, weil, keine Ahnung, sie ihr Leben nicht ohne, die ich leben kann. Das geht halt nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, ein sehr gesunder Weg und auch ein sehr schöner Weg, diese Abhängigkeit loszuwerden und gleichzeitig noch die Beziehung zu deinen Freunden zu stärken. Wie gesagt, das mit diesem körperlichen Kontakt, das ist kein Muss, glaube ich. Ich fand es interessant, das auszuprobieren. Aber diese anderen Sachen, denke ich, solltest du auf jeden Fall tun. Also eine engere Verbindung zu deinen Freunden aufbauen. Deinen Freunden wirklich sagen, hey, pass auf, du bist eine wichtige Person in meinem Leben und einfach mehr Wertschätzung deinen Freunden gegenüber, mit Problemen zu deinen Freunden gehen. Und ja, ich denke, da werden sich viele deiner weiblichen Probleme auch in Luft auflösen. Es gibt auch Trainer, es gibt wirklich Trainer, die sich auf diese Sachen spezialisieren. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, mir hat da mal jemand was erzählt. Die sich auf solche Sachen spezialisieren, auf Beziehungen zwischen Männern, die zu stärken, um halt Probleme mit Frauen zu bekämpfen. Und es scheint unglaublich gut zu funktionieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Genau, das war alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Du kannst dir noch mein, was habe ich denn jetzt gerade drin? Mein Gratis-E-Book, die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Das ist hier unten in der Ecke. Da kannst du abonnieren. Da geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Wir sehen uns am Samstag wieder. Schön, dass du dabei warst zu diesem etwas kontroverseren Video. Ich bin super gespannt auf die Kommentare. Ich freue mich drauf, dumme Kommentare zu löschen und mit den anderen Leuten zu diskutieren. Cool, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.